Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG Hier an dieser Stelle in Erfurt werden Touristen gefragt, wo ist sie denn, die Krämerbrücke? Die einzige mit Wohnhäusern bebaute Brücke nördlich der Alpen. Erst wenn sie durch diese Gasse gehen, verstehen sie, was der Stadtführer gerade damit meinte. Genau hier soll übrigens der Ursprung des Namens Erfurt liegen. Die Erfe fließt an dieser Stelle durch die Landeshauptstadt Thüringens. Erfe bedeutet im Germanischen dunkelfarbig, bräunlich, schwarz. Da hier früher keine Brücke stand, mussten Pferdekutschen durch diese Furt fahren, was aus dem Althochdeutschen kommt. Setzen wir Erfe und Fuhr zusammen, ahnen wir also, woher der Name stammt. Doch bleiben wir beim heutigen Namen des Flusses Gera. Zum vierten Thüringer Freiwilligentag trafen sich Mitarbeiter der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft, deren Mitglieder und Nachbarn am nördlichen Stadtrand. In Gisbersleben. An der Gera. Genauer an der Roten Wand. Diese geologische Besonderheit soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die WBG Zukunft unterstützt die Initiative Gera Aue bei dieser Arbeit. Mit Rat und Tat. An diesem 100 Meter langen und langen Landeshauptstadt, und 15 Meter hohen Steilufer lässt sich durch das Geologenauge erkennen, Ablagerungen aus Schilfsandstein haben hier 200 Millionen Jahre lang gebraucht, um so imposant auszusehen. Neben der Erschließung für interessierte Naturliebhaber wird hier jedoch auch etwas für den Hochwasserschutz getan. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie investiert in diesem Gebiet 500.000 Euro. Sie möchten sich bei einem Spaziergang an der Gera mit Geologie auseinandersetzen? Hier sind Sie genau richtig. Informationen zum Wohnen in Erfurt und zu weiteren Engagements finden Sie hier. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG Caridio Image und Eventfilm Produktion